So, an der nächsten Ampel wollen wir dann rechts abbiegen, ja? Äh, das ist doch nach da, ne? Nein, nach da! Au! Das hätten sie mir beinahe ihren Finger ins Auge gebohrt. Das war aber knapp, boah! Also, an der nächsten Ampel rechts und danach ist der Thomas dran. Alles klar da hinten bei dir? Äh, geht so! Äh, wo nochmal? Das Ruckeln kann ich bloß nicht so gut ab. Ich glaub, die Currywurst von vorhin will gleich aussteigen. Äh, muss der da hinten immer dazwischenreden? Der bringt mich ganz durcheinander. Was sollte ich nochmal? Schön, weiter geradeaus und an der nächsten Ampel dann abbiegen, ja? Oh, die Alte hat ja Känguru-Benzin getankt. Jetzt bin ich schon wieder ganz durcheinander. Wo nochmal? An der nächsten Ampel. Nee, schon klar. Ich mein, wo nochmal lang? Rechtslang. Einfach ruhig den Blinker setzen und abbiegen, ja? Oh, das ist übel. Jetzt? Nein, wenn wir an der Ampel sind. Aber doch nur bei grün, oder? Ja? Mano, Mano, gleich kommt schon die Ampel. Scheiße, das raff ich nicht. Können wir nicht einfach weiter geradeaus fahren? Oh, Hilfe! Wo ist denn nochmal der Blinker? Ruf doch mal zu Hause an. Vielleicht ist er da. Sehr witzig, ja? Ich bin hier nicht wieder. Vorhin saß er ja doch noch. Warum wird hier gehalten? Ich wollte nochmal gucken, wo der Blinker ist. Doch nicht mitten auf der Straße. Niemals den Verkehrsfluss beenden. Dann ist das so schwer. Losfahren jetzt. Zack, zack, los. Fahren! Der Wagen zieht so schwer. Dann mach den Strick los. Hä? Die Handbremse. Ach so. Ey, was soll das? Warum bremsen Sie denn? Ich denke, ich soll fahren. Ich bremse, weil ich leben will, ja? Die Ampel war rot. Hast du das nicht gesehen? Rot war die. Ach, komisch eben. Noch nicht. Hilfe, mir kommt's gleich. Oh, ich glaub, der Thomas muss mal raus. Der ist irgendwie ganz grün. Guck du bitte nach vorne, ja? Ich kümmere mich um Thomas. Und schnall dich endlich wieder an. Oh, scheiße. Mir ist schlecht. Immer wenn Frauen fahren, ist mir schlecht. Ih, der kotzt da gleich die ganzen Polster voll. Und nachher muss ich da sitzen. Ist ja ekelig. Guck du nach vorne, Gisela. Nur nach vorne? Ja! Ich mein, wenn mal was von rechts kommt oder so, dann muss man doch auch gucken. Und wozu haben wir dann den Schulterblick? Gisela? Wenn man in der Praxis doch nicht mal hinten gucken darf. Gisela! Die soll nicht mehr fahren. Und schon gar nicht mehr reden. Wieso hupen die denn jetzt alle? Weil grün ist! Fahr jetzt! Stimmt, ja. Boah, hier kommt man ja noch ganz durcheinander. Ich kann gleich nicht mehr. Rechts, hatte ich gesagt. Rechts, Gisela. An der Ampel. Rechts nicht. Geradeaus. Geradeaus ist Einbahnstraße. Ja, und was machen wir jetzt? Nein! Hey! Wo wollt ihr denn hin? Ihr könnt mich doch nicht einfach mitten auf der Kreuzung lassen. Hey! Da hatten wir nicht gewendet. Komm zurück! Oh, scheiße! Wo war noch mal das Gas? Ö Spяла! Lo war noch mal das Gas! Tschüss! Das war's doing. Hallo! Ja, jetzt place dich auf zu Hause! Einen schönen Tag! Wenn du dir mal topfällig Freize черte? Untertitelung. BR 2018